Lisa Marie Manderage wurde am 30. September 1965 in Norristown, Pennsylvania geboren und machte 1983 ihren Abschluss an der Highschool. Diejenigen, die Lisa kannten, beschrieben sie als eine fröhliche, optimistische Person, die andere immer zum Lächeln brachte. Im Jahr 1992 heiratete Lisa James Jimmy Manderage. Lisa und Jimmy kannten sich seit der Grundschule, waren aber lange Zeit nur Freunde, bevor sie dann eine romantische Beziehung eingingen. Jimmy war schon einmal verheiratet gewesen und wieder geschieden, bevor er und Lisa zusammenkamen. Am 4. Februar 1994 wurde die gemeinsame Tochter Devin Marie geboren. Lisa arbeitete auch extrem hart. Sie fuhr einen Gabelstapler für einen Lebensmittelhändler, leitete mit ihrem Mann zusammen einen Wochenend-Hausmeisterservice und kümmerte sich um die kleine Tochter Devin. Der Sonntag, der 10. September 1995, schien ein guter Tag für einen Einkaufsbummel zu sein, dachte Lisa. Ihr Mann Jimmy saß an diesem Nachmittag vor dem Fernseher und schaute Fußball. Es gab ein neues Geschäft für Kinderbekleidung. Der Weg dorthin dauerte etwa 15 Minuten und Lisa wollte sich dort schon lange mal umsehen. Gegen 15 Uhr erzählte Lisa Jimmy, dass sie mit Devin zum Einkaufszentrum fahren würde, um sich dort dann den neuen Laden anzusehen. Sie ging zum Auto, setzte Devin in den Kindersitz und fuhr los. Als es Zeit zum Abendessen wurde und Lisa immer noch nicht zu Hause war, machte sich Jimmy ernsthafte Sorgen. Er erinnerte sich deutlich daran, dass Lisa ihm gesagt hatte, sie würde schon bald zurück sein. Um nicht als Panikmacher dazustehen, rief Jimmy erst seinen Bruder und dann seine Schwester an und fragte die beiden, was er nun tun sollte. Beide Geschwister sagten ihm, er würde einfach nur überreagieren und solle sich einfach keine Sorgen machen. Jimmy rief aber an diesem Abend gegen 21 Uhr die Polizei an. Ein Beamter kam zum Haus und sagte Jimmy, er solle nachsehen, ob irgendetwas von Lisas Hygieneartikel fehlte oder ob Gepäckstücke verschwunden waren. Aber alles war da, wo es sein sollte. Das bedeutete, dass Lisa nicht einfach abgehauen war. Jimmy erklärte der Polizei, was an jenem Nachmittag passiert war. Er hatte Fußball geschaut und Lisa war gegen 15 Uhr mit der kleinen Devin zu dem neuen Geschäft im Einkaufszentrum gefahren. Die Polizei machte sich sofort auf den Weg dorthin und tatsächlich befand sich auch das Auto dort von Lisa, aber Lisa und Devin waren nirgends zu sehen. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes, weder im noch um das Auto herum. Doch was Jimmy nicht wusste, noch bevor er an diesem Sonntag die Polizei angerufen hatte, machten einige Wanderer im Nationalpark eine verheerende Entdeckung. Sie waren auf einem Wanderweg am Rand einer Böschung unterwegs gewesen. Etwa 50 Meter oberhalb des Weges auf der Spitze der Böschung befand sich eine Straße. Zwischen den gefallenen Herbstblättern lag der leblose Körper eines Kindes. Es sah aus, als wäre sie aus einem Auto gestürzt und etwa auf halber Höhe der Böschung gelandet. Sie war vollständig bekleidet, wies aber Prellungen an Hals und Kopf auf. Der Bruder von Jimmy, namens John, erklärte sich bereit, ins Krankenhaus zu fahren und nachzusehen, ob es sich bei dem Kind um Devin handelte. Jimmy war einfach zu erschüttert, um Selbstsinn zu gehen. Und John bestätigte, dass es sich um sie handelte. Sie wurde stranguliert. Die Ermittler konnten weder Haare noch Fasern an den Kleidern von Devin finden. Wenn es welche gegeben hätte, wären sie wahrscheinlich verloren gegangen, als sie aus dem Auto fiel oder als sie den Elementen ausgesetzt war. Zunächst geriet der Ehemann Jimmy direkt unter Verdacht. Der leitende Ermittler in diesem Fall sagte in einem Interview, dass er Jimmy verdächtigte, weil er sich weigerte, Devin im Krankenhaus zu identifizieren und fügte hinzu, dass dies eine sehr ungewöhnliche Entscheidung von einem Ehemann sei. Die Familienangehörigen von Lisa stellten sich sofort auf Jimmys Seite und betonten, dass Lisa und Devin seine ganze Welt sein und er ihnen nie etwas angetan hätte. Die Nachbarn sagten außerdem aus, dass Jimmys Auto den ganzen Nachmittag in der Einfahrt geparkt gewesen sei, wodurch er sich dann auch ein Alibi gesichert habe. Da Jimmy nun als Verdächtiger nicht in Frage kam, begannen die Ermittler an verschiedenen anderen Stellen nach Hinweisen auf den Verbleib von Lisa zu suchen. Da Lisa immer noch vermisst wurde, fand am Montag, dem 11. September, eine groß angelegte Suche im Nationalpark statt, wo man auch Devins Körper gefunden hatte. Es wurden Hubschrauber eingesetzt und Spürhunde sowie Dutzende von Suchkräften hinzugezogen, aber sie fanden nichts. Zurück im Einkaufszentrum begannen die Ermittler, die Ladenbesitzer zu befragen, ob diese Lisa und Devin am Vortag gesehen hatten. Die Ermittlungen kamen ins Rollen, als sich eine Frau meldete, die in dem Geschäft eingekauft hatte, in das Lisa am Sonntag gehen wollte und sagte, sie habe Lisa und Devin am Vortag dort gesehen. Sie selber kaufte in den Geschäft ein und sah Lisa beim Verlassen des Ladens in den Kleiderständern stöbern. Die Polizei ging in den Laden und konnte die Aussage der Frau bestätigen, indem sie die Kassenbelege vom Vortag überprüfte. Die Frau bezahlte um 15.39 Uhr. Das war auch die letzte Transaktion an diesem Tag. Die Ermittler konnten somit feststellen, dass Lisa und Devin zu diesem Zeitpunkt noch am Leben waren. Sie fanden heraus, dass der Laden einer Frau namens Ruth Fairley gehörte und dass ihr Sohn Caleb Fairley am Sonntag alleine dort gearbeitet hatte. Sie riefen Caleb an und fragten ihn, ob er am Vortag eine Frau, auf die Lisas Beschreibung passte, mit einem Kleinkind in dem Geschäft gesehen hatte. Er verneinte, jemanden mit dieser Beschreibung gesehen zu haben, willigte aber ein, sich mit den Ermittlern zu treffen, um sich Bilder anzusehen. Als sie Caleb am Nachmittag trafen, fielen ihn auf, dass der junge Mann dickes, schlecht aufgetragenes Make-up trug. Die Ermittler baten ihn, es abzuwischen und tatsächlich, sein Gesicht war mit Kratzern übersät. Er erzählte der Polizei, dass er am Abend zuvor ein Clubkonzert in einem Nachtclub in Philadelphia besucht habe. Während des Konzerts sei er in einen Tumult geraten, wodurch er sich dann diese Kratzer zugezogen habe. Aber die Polizisten waren von dieser Geschichte jedoch nicht so sehr überzeugt. Sie stellten einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Caleb und das Geschäft seiner Mutter aus. In Calebs Zimmer fanden sie seinen Vorrat an vampirbezogenen Gegenständen und seine Sammlung von zahlreichen unanständigen Heften, von denen viele beunruhigend grob waren. Außerdem fanden sie mehrere Videokassetten, die im Geschäft versteckt waren und stellten fest, dass in den Umkleidekabinen Kucklöcher angebracht waren. Ein Zeuge meldete sich bei den Ermittlern und sagte aus, dass er jemanden gesehen habe, der den Laden kurz vor Ladenschluss am Sonntag staubsaugte. Bei der Untersuchung des Staubsaugers entdeckten die Ermittler auch eine Reihe von langen Haaren. Diese konnten sie nicht mit Lisa in Verbindung bringen, weil sie ihren Körper noch nicht gefunden hatten. Mithilfe von ultraviolettem Licht wurden auf dem Teppich in dem Geschäft Spuren von Körperflüssigkeiten gefunden. Das UV-Licht identifizierte Flecken auf dem Teppich, die sich als Devins Speichel herausstellten. Einige Meter vom Speichel entfernt befanden sich auch Flecken von Samen, die mit der von Caleb Fairley entnommenen Blutprobe übereinstimmten. Diese Beweise bewiesen jedoch nicht, dass Caleb für das Verschwinden von Lisa und die Ermordung von Devin verantwortlich war. Dass sich der Speichel in dem Laden befand, beweist nicht, dass Caleb ihr dort etwas angetan hat, sondern nur, dass sie in dem Laden gewesen war. Die Ermittler waren davon überzeugt, dass die Kratzer auf Calebs Gesicht von seinem Angriff auf Lisa stammten, aber um das zu beweisen, mussten sie erst einmal ihren Körper finden. Die Ermittler informierten Caleb über die forensischen Beweise, die sie in dem Laden gefunden hatten. Vielleicht hofften sie, dass er einfach gestehen würde, aber was dann geschah, war für die Ermittler wohl noch vorteilhafter. Caleb Fairley sagte ihnen, dass er sie zu Lisas Körper führen würde, wenn er nicht die Todesstrafe bekommt. Der stellvertretende Staatsanwalt erklärte, dass dies ein Schock für Caleb und sein Anwalt war, denn ohne den Körper hatten sie keinen soliden Fall gegen ihn. Vielleicht wusste Caleb, dass er am Ende angeklagt werden würde, da er davon ausging, dass die Beweise, die sie gegen ihn hatten, ziemlich stark waren und sie auch sicherlich weitere Beweise finden würden. Indem er sie zu Lisas Körper führte, belastete er sich noch mehr. Er wusste nicht nur, wo sie sich befand, sondern die Ermittler hatten auch keinen Zweifel, dass sie seine DNA unter ihren Fingernägel finden würden. Am 12. September 1995 führte Caleb die Ermittler zu Lisas Körper, fünf Meilen vom Ort entfernt, an dem Devin im Nationalpark gefunden wurde. Lisa lag in den Wäldern hinter einem Industriegebiet, ganz in der Nähe eines Fitnesscenters, in dem Caleb Mitglied war. Lisa war bis auf ein schwarzes Spitzenoberteil, das sie um den Hals gelegt wurde, um ihren Oberkörper zu entblößen, ungekleidet. Sie war in einer Pose mit gestellten Beinen zu sehen. Ihr Gesicht war auch durch ihr langes, dunkles Haar verdeckt. Wie von den Ermittlern vermutet, waren Lisas Hände beschädigt. Viele ihrer Fingernägel waren abgebrochen. Die gerichtsmedizinische Analyse von Lisas Fingernageln ergab die DNA von Caleb und bestätigte, dass er sich die Kratzer tatsächlich im Gesicht zugezogen hatte. Auch die langen, dunklen Haare, die im Staubsauger gefunden wurden, wiesen eine mikroskopische Ähnlichkeit mit Lisas Haaren auf. Lisa erlitt durch den Angriff mehrere andere Wunden. Ihr Körper war voller Flecken und fünf ihrer Rippen waren gebrochen, was laut dem Pathologen darauf zurückzuführen war, dass man auf sie gekniet hatte. Wie Devin war auch sie stranguliert worden. Caleb Fairley wurde verhaftet und wegen Mordes an Lisa und Devin Manderwage angeklagt und er plädierte auf nicht schuldig. Der Prozess begann am 10. April 1996. Der zutiefst unglückliche Caleb Fairley war dafür bekannt, dass er sich oft in seine eigene Welt zurückzog. Er wurde am 21. Oktober 1973 geboren und war das älteste von fünf Kindern. Tragischerweise kam 1989 sein vierjähriger Bruder David ums Leben. Er hatte mit einer Waffe gespielt, die er in die Hände bekam und diese ging einfach los. Caleb kam nie wirklich über diese Tragödie seines Bruders hinweg. Das Verhältnis von Caleb zu seiner Mutter war nicht gut. Sie war eine herrschsüchtige und kontrollierende Frau, die ihren Sohn mit Verachtung betrachtete, ihn beschimpfte und ihm ständig sagte, er könne überhaupt nichts richtig machen. Caleb besuchte die Highschool und war ein recht guter Schüler. Er wurde in einige Kurse für begabte Schüler eingeschrieben. In der Highschool wurde er von anderen Schülern schikaniert, die sich über sein Gewicht, seine Kleidung und so ziemlich alles an ihm lustig machten. Er war eigenartig, sozial unbeholfen und verbrachte die meiste Zeit alleine, was ihn zu einer leuchten Beute für die Mobber machte. Er hat sich auch nie gewehrt. Während der Highschool hatte er für kurze Zeit eine Freundin. Diese beschrieb ihn als klug, aber auch als jemand mit viel innerem Schmerz, der sich auch vor Frauen fürchtete, wahrscheinlich aufgrund seiner schlechten Beziehung zu seiner Mutter. Im Jahr 1992 gab es mehrere Vorfälle, bei denen Caleb beschuldigt wurde, Frauen unsittlich berührt zu haben. In jedem Job, den er jemals ausgeübt hat, er arbeitete als Teenager in einigen Restaurants, wurde er von seinen Kollegen verspottet und gehänselt. Unter dem ständigen Spott seiner Mutter und den Schikanen seiner Mitschüler und Kollegen zog er es vor, alleine zu sein. Caleb verbrachte fast seine gesamte Zeit in seinem Zimmer, wo er sich als Vampir verkleidete und Rollenspiele spielte. Nach dem Abschluss der Highschool besuchte Caleb kurzzeitig die Universität, wo er Informatik studierte. Das Studium brach er ab und schrieb sich am Montgomery County Community College ein, wo er auch recht gute Noten erzielte. Doch zum Herbstsemester 1995 kehrte er nicht mehr dorthin zurück, weil ihm einfach das Geld fehlte. Vor allem aber wollte er einfach das Geld sparen, um aus dem Haus seiner Eltern ausziehen zu können. Die Staatsanwaltschaft beschrieb, was am Sonntag, dem 10. September, geschah. Als Lisa und Devin den Laden seiner Mutter betraten, erregte Lisas sofort Calebs Aufmerksamkeit. Und als nur noch eher Lisa und Devin alleine im Laden waren, schlich er sich zur Eingangstür und schloss diese ab. Lisa und Devin befanden sich im hinteren Teil des Ladens, als er Lisa in die Enge trieb. Er warf sie zu Boden und versuchte, sie zu schänden, aber sie wehrte sich mit allem, was sie hatte. Sie trat, schrie und kratzte ihm ins Gesicht. Wütend über ihren Widerstand strangulierte er sie. Dann tat er dasselbe mit Devin. Aus Frustration darüber, dass er die Schändung nicht durchführen konnte, hat er es dann selbst auf ihrem Körper getan. Anschließend schleppte er die Körper zu seinem Auto, wo er Devins Körper im Nationalpark aus dem Fahrzeug warf und Lisas Körper in den Wäldern hinter dem Industriegebiet deponierte. Calebs Pflichtverteidiger stellte von Anfang an klar, dass die Geschworenen nicht darüber entscheiden sollten, ob sein Mandant schuldig ist oder nicht, sondern ob er die Taten geplant hat. Er argumentierte, dass sein Mandant des Mordes dritten Grades und nicht des ersten Grades schuldig sei, weil er die Tat nicht vorsätzlich begangen habe. Calebs sagte während des Prozesses nicht aus. Der Anwalt behauptete, sein Mandant sei so blind vor Wut gewesen, dass er nicht klar denken konnte, als er das seinen Opfern antat. Unter Bezugnahme auf wissenschaftliche Studien erklärte er, dass es nur 10 bis 15 Sekunden dauern kann, jemanden zu strangulieren. Der Staatsanwalt widersprach dem und behauptete, dass Calebs viel länger brauchte und berief sich dabei auf die Aussagen der Gerichtsmediziner, die die Autopsien von Lisa und Devon durchführten. Sie sagten, dass es mindestens vier Minuten dauert oder sogar noch länger, wenn sich das Opfer wehrt, wie es bei Lisa der Fall war. Selbst wenn Caleb tatsächlich übergeschnappt war, hatte er also genügend Zeit, zur Vernunft zu kommen und einfach damit aufzuhören. Nach vier Tagen Zeugenaussagen berieten die Geschworenen drei Stunden lang, bevor sie Caleb Fairley in zwei Fällen des Mordes ersten Grades und in einem Fall der Schändung einer leblosen Person für schuldig befanden. Er wurde zu zweimal lebenslänglich ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Zur Begründung seiner Entscheidung, die Höchstrafe zu verhängen, sagte der Richter, Caleb Fairley habe ein unschuldiges, hilfloses Kleinkind auf dem Gewissen, das nicht in der Lage war, sich zu verteidigen. Er verwies auf den Schrecken, den die Morde in der Gemeinde ausgelöst haben, indem er sagte, dass die Menschen früher dachten, dass eine Mutter und ihre Tochter an einem Sonntagnachmittag einfach in ein Einkaufszentrum gehen können, ohne dass ihnen so etwas Schreckliches passiert. Caleb Fairley ist derzeit in der staatlichen Strafvollzugsanstalt inhaftiert. Im März 2023 ist er 49 Jahre alt geworden. Er hat mehrfach Berufung für ein neues Verfahren eingelegt, zuletzt im Jahr 2012. Keiner davon war erfolgreich. Im Oktober 2012 wies der Richter seinen Antrag auf ein neues Verfahren mit der Begründung ab, dass dieser unbegründet sei. Sein vor Gericht bestellter Anwalt stimmte der Einschätzung des Richters zu. Im darauffolgenden Monat beantragte Caleb beim obersten Gerichtshof von Pennsylvania die Aufhebung der Entscheidung des Richters. Calebs Berufung stützte sich auf das Urteil des obersten Gerichtshof der USA aus dem Jahr 2012. Das besagt, dass obligatorische lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung für Angeklagte, die zum Zeitpunkt der Begehung einer Straftat unter 18 Jahre alt waren, verfassungswidrig sind. Aber allerdings war Caleb nicht unter 18 Jahre alt. Er war 21, als er die Tat begann. Er argumentierte, dass der biologische Prozess eines Menschen typischerweise unvollständig ist, bis die Person Mitte 20 ist. Im Grunde argumentierte er also, dass der oberste Gerichtshof hätte entscheiden müssen, dass es verfassungswidrig ist, Personen unter 21 Jahren zu lebenslanger Haft ohne Bewährung zu verurteilen. Diese Berufung aus dem Jahr 2012 verlief im Sande. Lisa und Devin wurden zusammen in einem gemeinsamen Sarg auf dem Friedhof beigesetzt.